ja leute herzlich willkommen zu meinem video und was soll ich was soll ich jetzt machen und mit 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 diesem video mit diesem video ich habe fußballergebnis gemacht essen challenge und dann noch und dann noch vier also viermal 25 bar solange karriere aber das habe ich nicht mein das habe ich nicht mit tablet gemacht das habe ich nicht am telefon gemacht das ist nicht gut gewesen und darum mache ich jetzt in tablet karriere modus viel besser mit diesen videos und ja leute und ich glaube ich denke in diesen mit diesem tablet also mit diesen aufnahmen ist jetzt vorbei es ist jetzt vorbei mit diesem video leute so wie es aussieht macht mir nicht mehr so spaß mit meinem video jetzt gerade weil leute und ja ich mache nicht so viele videos auf meinem kanal auf anderen kanal und ja leute es macht mir einfach nicht spaß es macht es macht mir schon spaß aber nicht zu und und ja mehr kann ich nicht zu sagen und ich werde auch lieber immer neues video machen aber leute ich mache nicht immer neues video und ja deswegen es ist vorbei leute weil ich kann nicht ich kann nicht videos machen vielleicht brauche ich auch mal etwas anderes etwas andere zeit weil Videos ist nicht nur Videos ist nicht nur Videos auch nicht immer besser also Video was macht man für ein video 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 braucht man nicht leben also video also youtube braucht man nicht am leben Also wie braucht man das nicht kanal was was du braucht man das nur über über mega viel millionen und mega viel aufrufen und viel mega wenig dislike und mega viel likes und ja das bringt gar nichts leute und ja das interessiert gar nicht also die andere andere youtuber interessieren nur über über youtube und nicht über familie also so ein bisschen komisch und ja aber vielleicht habe ich keine zeit zum videos machen leute und ja und deswegen ist jetzt das video beendet bei meinem bei meinem kanal es kommen nicht mehr videos vielleicht mal ein anderen video vielleicht kommt dann ein neues video aber ich mache jetzt mit video pause leute weil es macht mir schon spaß aber nicht so spaß ich weiß gar nicht was soll ich machen und ja darum ja glock und ja leute und hoffentlich hat das video auch gefallen und die andere also die andere video hat euch auch gefallen und wenn nicht gefallen hat dann ja könnt ihr entscheiden leute ob dir das video gefallen hat oder nicht die andere video also nicht also nicht jetzt oder andere video also hat mich schon spaß gemacht und leute aktiviert die glocke und vergesst nicht zu liken und vielleicht kommen ein neues video aber es kommt definitiv nicht zum beispiel nächster vorletzte weil ja leute ihr wisst es und ja wahrscheinlich okay glock aktiviere und liken und wenn das video verlor dann gibt es wieder da meinen hoch und ja tschau